Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Hier ist endlich der finale, oder zumindest mal 99,9% finale Bild vom Gewittersturm-Truinen. Und bevor wir uns den Schaden angucken und so, das ist glaube ich ein Bild, den ich von Anfang bis Ende am meisten umgeändert, umgeswischt und Änderungen vorgenommen habe. Von allen Bilds, die ich jemals gespielt habe, weil es ganz große Unterschiede gibt zwischen Early-Game, Mid-Game und End-Game. Ich werde euch hier den End-Game-Bild zeigen, aber immer 1, 2, 3 Sätze dazu sagen, wie ihr das für das Early-Game anpassen könnt. Deswegen, falls ihr da draußen den Gewittersturm-Bild hier spielen wollt, aber erst Level 40 seid, oder Level 20, oder vielleicht Level 1, dann weicht der Bild ab von dem, was es am Ende auf jeden Fall ist. Gerade was die Ressourcen-Erzeugung angeht, da gibt es ja extreme Probleme, habe ich auch immer wieder im Stream gehört. Ey Lu, wie schaffst du es, dass deine Ressourcen die ganze Zeit voll sind? Das hat verschiedene Gründe und ich versuche die hier auch alle abzudecken. Deswegen nehmt euch auf jeden Fall was zu schreiben mit, weil das wird wahrscheinlich wieder ein etwas längeres Video, weil das ist schon ziemlich schwierig zu erklären. Im Early-Build Weltstufe 1 und 2 werdet ihr natürlich keine Unique-Items haben, deswegen müsst ihr hier unter diesen 4 Items irgendwas anderes nehmen. Das ist relativ irrelevant, weil die auch für den Build im Early-Game nicht so wichtig sind. Ihr werdet immer wieder das Problem haben, dass ihr in Menschengestalt rumlauft und nicht in Wolf-Gestalt, weil das kommt erst durch Entzückung des wahnsinnigen Wolves, wo ihr dann wirklich immer in Werwolf-Gestalt seid. Auch mit dem Helm kommt dann später nochmal Geisteskraft-Ressourcen dazu, aber das ist erstmal alles egal. Auch T-Botswilder ist alles erstmal egal, was ihr hier reinnehmt. Geht hier auf Death, irgendwie ein bisschen mehr Leben, das ist erstmal nicht so wichtig im Early-Game. Was ihr im Early-Game machen könnt, ist auf diesem Ring oder einen vor dem Ring den Umbral-Aspekt drauf zu machen. Der Umbral-Aspekt sagt, dass ihr, wenn ihr einen Gegner unter Kontrollverlust-Effekte setzt, dass ihr dann Ressourcen zurückbekommt. Und das ist mit dem Codex der Macht, den ihr aus dem Niedergang des Champions bekommt, nur einen, aber den gibt es auch als Max-Roll mit 4. Also wenn ihr schon im Early-Game mehr Ressourcen haben wollt, dann versucht diesen Aspekt oder Codex euch zu holen, das gibt euch schon mal eine erste Hilfe. Dann ab Level 35 habt ihr die Möglichkeit hier unten diese Key-Passive zu nehmen. Und die macht das, wenn ihr einen Gegner mit einer Sturmfertigkeit verwundbar macht, dann kriegt ihr eine Geisteskraft. Das hört sich erstmal nicht so viel an, aber wenn ihr Umbral dazu habt, wenn ihr das dazu habt, dann ist das schon mal ein bisschen was. Außerdem würde ich euch vor Weltstufe 3 empfehlen, die Ult Kataklysmus zu nehmen, anstatt dem Grizzly-Zorn. Weil für den Grizzly-Zorn braucht ihr viele Aspekte, die werdet ihr früh wahrscheinlich nicht bekommen. Also wenn ihr Level 25 oder 20, kann man hier die Ult nehmen, würde ich euch Kataklysmus empfehlen, weil ihr hier auch eine extrem hohe Glückstreffer-Chance habt. Das bedeutet, Kataklysmus wirkt sich auch auf alle eure Glückstreffer positiv aus und gibt euch richtig gut Ressourcen zurück. Es gibt ein kleines Problem bei diesem Bild und das habe ich gemerkt auf Weltstufe 3 und das sind die Kontrollverlust-Effekte von den Gegnern. Und da hat der Werwolf leider gar nichts gegen. Der Werbär hat ja seine Ult Grizzly-Zorn, er hat irgendeines Bollwerk dagegen, er hat Niedertrampeln dagegen, was euch alles unsterblich an Stoppable macht, also unaufhaltsam. Und euch aus so einem Kontrollverlust befreit, das hat der Werwolf leider gar nicht. Deswegen war ich quasi gezwungen auf Grizzly-Zorn umzuspecken und deswegen habe ich genau das auch gemacht und habe hier den Grizzly-Zorn mit dazu genommen. Und ich hatte es auch schon mal erwähnt in den Streams, damit einhergehen müssen wir zwei Aspekte mit reinnehmen. Einmal den Aspekt, dass Grizzly-Zorn länger hält und euren Crit-Schaden erhöht, das ist eine Win-Win-Situation. Und dass Grizzly-Zorn euch in einen Werwolf verwandelt und nicht in einen Werbär. Das macht ja Sinn, weil ihr wollt ja die Werwolf-Fertigkeiten benutzen und Gewittersturm. Und dafür gibt es dann hier diesen Aspekt, der macht, dass ihr dann in einen Werwolf euch verwandelt. Wenn ihr diese beiden Aspekte habt, würde ich sagen, könnt ihr auch sofort auf diese Ult umswitchen, weil die gibt euch auch erhöhte Geisteskraftkostenreduktion. Ihr seht, dass hier auf dem Ambulett sind es sogar 70. Das heißt, sobald ihr in der Ult seid, habt ihr da gar keine Probleme mehr. Zusätzlich würde ich auf den Geistersegen hier auf jeden Fall auch noch die Ult-Länge erhöhen. Ich habe einige Kommentare und auch den ein oder anderen Bild gesehen, der hier Flicker-Step hat, um eure ultimative Fertigkeit ständig zur Verfügung zu haben. Das finde ich aber persönlich nicht so gut. Vor allen Dingen, wenn man den Juggernaut-Aspekt spielt, der ja Entrinnen, die Abklingzeit von Entrinnen doppelt so lang macht. Und Flicker-Step funktioniert ja nur mit Entrinnen. Es war in der letzten Season mit der Metamorphose sehr cool mit Flicker-Step, weil wenn ihr mehrere Aufladungen von Entrinnen hattet mit Metamorphose, habt ihr den Gegner sowohl verwundbar gemacht, als auch eure ultimative Fertigkeit reduziert. Das finde ich aber nicht gut. Vor allen Dingen finde ich auch die A-Fixe von den normalen Schuhen wichtiger. Einmal Bewegungsgeschwindigkeit, dann vor allen Dingen gesamte Rüstung im Werwolf-Gestalt, die Kostenreduktion ganz wichtig und auch nochmal dann alle Werte. Deswegen finde ich normale Schuhe auf jeden Fall wichtiger als Flicker-Step. Aber wenn ihr wollt, könntet ihr auch Flicker-Step spielen, um die Ult ständig zur Verfügung zu haben und öfter in der Ult zu sein. Wenn es für euch in Richtung Endgame geht, dann würde ich auf irgendeine Macht umswitchen. Das habe ich auch gemacht, weil das gibt nochmal einen erhöhten Schaden. Und vor allen Dingen mehr Critz. Ihr habt zwar sowieso schon bis zu 50% Crit-Chance. Was habe ich hier? 48,9. Das ist schon sehr gut und ich meine 50 ist auch das Maximum. Gucken wir eben auf meinen Ring. Ja, 50, irgendwas über 50 ist Maximum. Und mit irgendeiner Macht habt ihr die Möglichkeit, das auf 100% hoch zu machen für 5 Sekunden. Und dafür braucht ihr dann auch wieder einen Aspekt, den hier, dass irgendeine Macht auch für Sturmfertigkeiten funktioniert. Das damit mit Gewittersturm macht, dass ihr halt die Möglichkeit habt, 5 Sekunden lang komplett die ganze Zeit zu critten. Und ihr kriegt nochmal Ressourcen, auch nochmal eine Ressourcenquelle mehr. Dann hatte ich eben gesagt, Sturmgebrüll gibt auch Ressourcen. Ihr habt nämlich hier die Glückstreffer-Chance, dass ihr 4 Geisteskraft bekommt. Und Sturmgebrüll gibt es leider erst bei Duriel, also wirklich End-End-Endgame. Entzückung des wahnsinnigen Wolfes gibt es bei Warscham. Könnt ihr schon relativ früh holen, sogar auf Weltschiffe 3. Die neuen Handschuhe, die einen hohen Anteil daran haben, dass ihr viel Schaden macht, gibt es leider nur beim Icebeast. Aber mit der neuen destillierten Furcht-Drop-Rate ist es eigentlich auch relativ easy, die zu bekommen. Und T-Balls Wille müsst ihr auch nicht unbedingt spielen. Gibt aber nochmal 40% erhöhten Schaden, sobald ihr die Ult zündet. Ihr könntet aber auch hier eine normale Hose spielen mit dem Moloch-Aspekt, den ich euch eben gesagt habe. Gehen wir die restlichen Aspekte noch durch. Ich habe hier den Aspekt, dass ihr mehr Schaden macht, wenn ihr gestellt seid. Hier habe ich, wie gesagt, den ödene Macht-Aspekt drauf. Dann der Aspekt, da bin ich mir noch nicht so sicher, ich glaube, den werde ich wechseln gegen den Moloch-Aspekt. Den werde ich auf jeden Fall spielen, um noch eine Rüstung zu haben. Ihr könntet aber auch den hier nehmen, weil mit dem Gewittersturm bleibt ihr relativ viel stehen und könntet hier nochmal 30% mehr Schaden holen. Ich finde aber den Moloch-Aspekt auf jeden Fall hier wichtiger. Dann natürlich der Grissi-Zorn und der Werwolf-Aspekt. Ja, ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt. Der Bild ist natürlich unten verlinkt. Bei D4-Bilds habe ich den zusammengebaut für euch. Ihr seht auch ganz wilde Nummer hier mit den Schmuck-Juwälen. Einmal Rot, einmal Blau, einmal Gelb. Weil ich die Widerstände nicht komplett voll bekommen habe. Ich habe sogar Schatten jetzt gerade nur auf 50. Schatten ist aber nicht ganz so wichtig. Aber alle anderen sind auf jeden Fall sehr wichtig, gerade auch für Malfa, der ja extrem auf diese nicht-physischen Attacken geht. Malfa hatte ich euch gestern ein Video zugemacht, wen das interessiert. Aber das wäre mir auf jeden Fall wichtig, dass ihr hier überall 70% habt. Sehen könnt ihr hier entweder reduzierten Schaden durch Elite-Gegner oder weniger Zeit in der Kontrollverlust machen. Ihr könnt hier einmal Crit-Schaden, Crit-Chance. Wenn ihr sehr auf irgendeine Macht setzt, könnt ihr auch Crit-Chance wegmachen. Und dafür sowas wie hier mehr Stählung nehmen oder hier mehr Critz und Heilung. Aber ich gehe hier auf Crit-Chance und will mich nicht auf irgendeine Macht verlassen. Ja, den Fähigkeitsworn könnt ihr euch unten selber angucken. Vielleicht ein, zwei Worte. Ich habe hier Widerstände komplett drin, 15%. Wenn ihr Widerstände irgendwie anders drin habt, könntet ihr auch auf Bewährungsgeschwindigkeit gehen. Hier habe ich ganz wichtig die 15% Schadensreduktion, weil ihr ständig Blutgeheul habt. So habt ihr eigentlich durchgehend 15% Schadensreduktion. Das ist schon sehr wichtig. Und ja, wie gesagt, hier unten habe ich über die Zeit der Level immer wieder umgeswitcht. Also am Anfang war ich hier bei perfekter Sturm und auf Kataklysmus. Und dann habe ich gewechselt auf Grizzly-Zorn mit irgendeiner Macht. Es würde aber auch genauso gut im Endgame funktionieren mit perfekter Sturm und Kataklysmus. Nur, dass ihr dann das Problem mit den Kontrollverlust-Effekten von den Gegnern habt. Und dann kommen wir zum Paragon-Board. Und ich glaube, das ist mit das, was mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet hat. Weil hier habe ich auch währenddessen viel umgeswitcht. Also erstmal habe ich meine Geist-Glyph an den Anfang gepackt. Weil ich hier am meisten Geschicklichkeit für die wenigsten Knoten bekomme. Geist macht ja einen erhöhten Crit-Schaden. Dann habe ich hier alle Widerstände mitgenommen. Ganz wichtig, weil ihr ja die Widerstände braucht. Gerade auf Weltstufe 4 sehr wichtig. Dann haben wir einmal die Glyph, Erde und Himmel. Da bin ich auch erst spät drauf gekommen. Aber der zusätzliche Bonus unten von den Naturfertigkeiten, die mehr Schaden zu Gegnern, die verwundbar sind, geben, ist sehr gut. Weil ihr die Gegner halt immer verwundbar macht. Sowohl mit Ausbeuten, was ich drin habe, wobei ich eigentlich kein Fan davon bin. Als auch mit euren ganzen Effekten auf den Fähigkeitsraum, wo es viele gibt, die Gegner verwundbar machen. Dann ganz wichtig hier Stromschlag. Der gibt mit am meisten Schaden zu euren Gewittersturm bis zu 40%. Da seht ihr, habe ich jetzt schon 285%. Der geht hoch bis 400. Dann haben wir hier, wie schon gesagt, Ausbeuten. Habe ich aktuell noch Level 15. Ja, mache ich hier auch nur Min. Also ihr müsst jetzt hier nicht noch extra die Geschicklichkeitsdinge erholen. Einfach nur, dass er drin ist, die Gegner nochmal verwundbar macht und ihr um die 40, 50, 60% mehr verwundbaren Schaden macht. Dann auch Entladen für noch mehr Blitzschaden. Die Idee war hier vielleicht auch auf Territorial zu gehen. Dann habe ich mich aber gegen entschieden, weil ich oft Gegner auch von weitem weg angreife. Deswegen habe ich hier Entladen drin für grundsätzlich einfach mehr Blitzschaden. Und als letzte Glüh für Werwolf. Die war ja vorher bei mir hier ganz unten. Die gibt aber rein prozentual nicht so viel Schaden. Deswegen habe ich die hier oben hingemacht mit dem Minimum von 40 Willenskraft. Einfach um den grundsätzlichen Schadensreduktion dazu zu haben. Und dann nochmal so auf Level 21, 50, 60 mehr Schaden in Werwolfsgestalt. Und dann werdet ihr gemerkt haben zu dem Bild von vor einer Woche. Dieser legendäre Knoten ist nicht mehr dabei. Der hat mir einfach zu viele Level geklaut für das, was er gibt. Er gibt mir zwar zwei Geisteskraften und das ist sehr gut. Aber sobald ihr mit irgendeiner Macht und mit den Kostenreduktionen und so weiter spielt, braucht ihr den nicht mehr. Deswegen habe ich den rausgepackt. Solltet ihr im Early Game sein, dann solltet ihr den auf jeden Fall mit dazunehmen. Und Lust auf Gemetzel irgendwie gerade auch zu Beginn hier unten mit reinpacken. Um noch mehr Geisteskraft zu bekommen. Und da keine Probleme zu bekommen. Habe ich hier ganz am Ende, weil ich ihn halt nicht mehr brauche im Endgame. Zusätzlich will ich eigentlich im finalen Bild hier Sterne, den sternlosen Himmelring drin haben. Das Uber-Unique, was ja gereworked wurde. Und da habe ich eigentlich ziemlich Bock drauf. Jetzt habe ich über 10 Minuten gequatscht. Jetzt gucken wir uns natürlich auch den Schaden an. Dafür gehe ich hier zu den Trainingspuppen. Der Schaden ist genau da, wo ich ihn wollte. Kann auch noch höher gehen, weil alle meine Glyphen gerade mal Level 15, 16 sind. Also da gibt es nochmal Schaden und Luft nach oben. Meine Waffen und Gegenstände sind eigentlich alle bis auf die uniken Items perfekt. So wie ich sie haben will. Aber kann natürlich immer noch ein kleines bisschen nach oben gehen. Wir machen hier mal mehrere Trainingspuppen. Und dann werdet ihr sehen, dass wir bis zu 800.000 Schaden machen können. Gerade in der Ult kommt nochmal so viel Schaden on top. Wegen dieser 200% Geschichte. Da sind wir hier schon bei einer halben Million, 600.000. Und ich habe auch eben vor dem Video etwas von 800.000 gesehen. Wahrscheinlich dann, wenn der Ring mit reinzündet und die Ult mit reinzündet. Aber grundsätzlicher Schaden von 300.000 bis 500.000 in der Ult bin ich vollkommen fein mit. Und ich glaube der Schaden, soweit ich das aus der Community gehört habe, kann über eine Million gehen. Wenn ihr hier noch Knockbacks und die ganzen anderen Sachen mit drin habt. Ihr könnt natürlich auch noch ein Elixier zünden für mehr Crit-Schaden. Und so auch noch den Schaden ein bisschen hochhauen. Und dann solltet ihr im Endgame finalen Endendendgame auf eine Million kommen. Und das mit dieser Geschwindigkeit. Was auch viele nicht wissen, wenn ihr gedrückt haltet. Habt ihr eine langsamere Angriffsgeschwindigkeit, als wenn ihr den Knopf hintereinander drückt. Das ist ein ganz kleines bisschen, ein paar Frames schneller. Kostet dementsprechend aber dann auch mehr Ressourcen. Und ja, so ist der Bild. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Baut den gerne nach. Ich finde gerade mit dieser neuen Season ein sehr cooler Bild. Auf das komische Sehneschall-Konstrukt bin ich gar nicht eingegehen. Baut das einfach nach. Das sind so hier die besten Sachen, die ihr eigentlich nehmen könnt. Außer wenn ihr die beiden Uber-Glyphen hättet. Die würden das Ganze nochmal ein bisschen abändern. Aber die habe ich mal rausgelassen, weil die gibt es ja nur bei Malpha. Und das ist wirklich Endendendendendendgame-Bildshit. Deswegen haben wir das mal rausgelassen. Aber das könnt ihr so nachbauen. Ansonsten bin ich sehr auf eure Meinung gespannt. Ich würde mich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen. Sehr über ein Like auf dem Video. Den nächsten Bild, den ich bauen möchte, ist entweder ein Jäger-Bild oder ein Magier-Bild. Schreibt mal da auch gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Was würdet ihr lieber sehen? Ein Meteor-Magier-Bild oder ein Jäger-Bild, wo ja extrem viel umgeändert wurde. Auch mit den Unique-Items und so. Bin ich gespannt, was ihr dazu sagen habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.